Leute, was passiert hier? Entschuldigung, einfach nur weg! Das ist es einfach. Ich bin so happy. Ach krass, wir haben sogar was im Briefkasten. Treue, tutz, was? Hey Melly! Okay, die Kamera läuft. Licht aus, Tür zu! Melly, muss das sein? Reue, tutz, Reue, tutz, Reue, tutz! Bist du bescheuert? Das kannst du doch nicht machen! Ey, du musst doch ernst nehmen! Ich glaube doch nicht ernst, ob das hier ein Reue tutz? Okay, warte mal. Also habt ihr schon... Leute, was passiert hier? Ich will einfach nur weg, was ist das? Frau Meier, sorry, dass ich es so spät störe. Ich bin wie sie letztens in ihr Haus gezogen. Ich weiß davon nicht, was passiert hier. Also Leute, sorry, dass ich mich erst mal so lange nicht mehr gemeldet habe. Unsere Vermieterin sagt, dass dieses Haus hier keine teuren Preise verträgt. Also war ich bei Lidl einkaufen und es ist wirklich günstig. Das sieht doch richtig gut aus! Flo ist wieder da! Hi! Hey Schatz, guck mal was ich mitgebracht habe! Hallo? Was ist? Abgesch... Ah! Ah! Nein! Ah! Ah! minions danach sind vorneig! Vielen Dank.